Ich ruf ja ziemlich die Idioten an, ne? Naja, ist ja gut, dass ihr jetzt anruft. Also ich hab auf die Musik gewartet, das ruft ja keiner so an, weil man hört's ja nicht. Genau. Ey, du hast den Systemkasten hier. Hallo, hallo. Ja, komm, reden wir mit mir. Gutes Eindruck, hallo. Ey, den kenn ich den Burl. Naja, ich dachte du möchtest jetzt noch sagen, dass du die Sendung super gut findest, und dass das eigentlich die beste der Welt ist. Ja, das ist die beste Sendung der Welt und ich würde ja so gerne wegen Moderatoren poppen, aber lass mich ja nicht ran. Willst du dich nicht halten? Ja, deswegen muss ich mich ja auf eins konzentrieren. Okay, das hab ich verstanden. Gut, ähm, am besten ich leg jetzt auf und trete mit dir einfach so mal zu Mann. Das ist für mich fehliger. Ey, du willst doch, das ist so billig, dass sich jeder anruft. Ja, also wir sind zwar noch auf Sendung. Ähm, das ist das schlechte Dreck der ja nicht. Ey, voll, der ist nicht so lang. asygweiß. människgweißer. Kleine Dreck dem Naja, das war gerade das Logo von Industrial Strange, wollte ich mal sagen, ja. Bis zum nächsten Mal.